einen wunderschönen sonntagmorgen meine lieben herzlich willkommen zu timus lichtblick karten legen mit herz und humor wir schauen auch heute wieder ein tagesorakel rein heute kommt das gewünschte coaching video auch nachher online gegen 12 uhr direkt zur mittagszeit habe ich gedacht wir werden euch etwas liefern so wir gucken heute wieder in die thematik liebe beruf finanzen und natürlich auch an der wunderschönen oder das wunderschöne highlights des tages hinein heute jeweils nur mit sechs karten insgesamt aber auch diese werden uns erfüllend beraten ja wer es noch nicht gesehen hat ihr könnt jetzt eure video legung eure persönliche im shop bestellen wenn ihr das wollt also eure video liebes legung zumindest hand aufs herz heißt sie und 35 euro kostet sie nimmt die chance anschaut im shop vorbei www.spiritual-shop.de auch den sale könnt ihr derzeit noch nutzen und jede bestellung bekommt noch ein gratis geschenk beigelegt so in der liebe heißt es hier heute im präsenz ich bin im hier und jetzt mit allen meinen sinnen präsent und habe die kraft an einem großartigen neuen lebensraum hier auf der erde mitzuwirken und diese präsenz zeigt dir einfach auf dass nichts unmöglich ist du wirst die seiten spielen können du wirst auch erkennen können wie viel kreativität darin verborgen liegt ja es ist die goldene mitte die dir mitgegeben werden muss für die thematik der wundervollen wundervollen fülle die ist heute einfach in deiner kreativität gefördert sie ist aber auch darin gefördert dass du jetzt dein seelenklang erkennen kannst und ihm auch entgegenkommen kannst somit heißt es hier alles was präsent ist in deiner liebesfrequenz darf du jetzt wahrnehmen und auch umsetzen heute wir haben in der thematik der des geldes oder der finanzen freundlichkeit liegen meine ehrliche freundlichkeit durchströmt meine welt und berührt alle herzen mit sanftheit und das ist natürlich etwas wovon sehr sehr viele ahnen niemals hätten sprechen können du hast das gefühl dass es so wie wie ein dunkler hauch um dich herum der das dir nie gegönnt hat und dass menschen freundlichkeit nur ausnutzen aber es ist tatsächlich hier der weg in die fülle für dich deinen wundervollen neuen weg zu gehen gerade auch den geldfluss richtig zu fördern das heißt gib heute auch mal dinge aus ohne dir unnötig gedanken zu machen denn gedanken macht man sich immer und immer wieder was gut wäre wäre auch mal wieder dich reinigen energetisch gesehen da liegt noch sehr viel altlast auf deinem energiefeld das darfst du heute durchziehen und wir haben im highlight die ernährung alles was ich zum leben benötige strömt mir in fülle zu ich bin genährt und nähre aus dem überfluss alles was mich um gibt und da haben wir einfach wirklich auch die tollkühnheit auch die sicherheit auch deine spiritualität dass die auch mal wieder generiert werden möchte dass du nicht immer nur versuchst zu verstehen sondern wirklich auch in die tiefe gehst und das ist heute auch dein highlight dieses in die tiefe gehen und vor allem auch für dich einstehen ja also heute sehr viel ahnenarbeit aber auch selbstreflexion das scheint ein guter sonntag zu werden denn wir haben schöne energien bei uns in diesem sinne vielleicht sieht man sich um 20 30 im stream oder ihr schaut vorbei im shop ich würde mich freuen bis dahin alles gute